Nicht zum Verschwinden strebend, sondern zur Realisation seines Begehrens und ob das jetzt Undine geht, ist, wo man sagen kann, dass es nicht eine Undine ist, keine Frau, die Undine ist ein Zwischenwesen, das eben in der Realität nicht leben kann, aber selbst wenn sie keine Frau ist, ist sie doch eine Metapher für die weibliche Existenz. Und eben nicht nur in ihren Produkten muss die Frau verschwinden, wenn sie es wagt, sie überhaupt zu schaffen, sondern auch in ihrer Sexualität und in ihrem Begehren. Also die Frau ist in jeder Weise und auf jedem Gebiet negativ definiert. In jedem Fall ist Sexualität das, was stört. Das, was stört und was sich nicht realisieren lässt. Und ich glaube, dass das eine Tragik war in ihrem Leben. Sie hat auch ausdrücklich sogar gesagt, dass sie Sexualität als eine Privatsache zwischen zwei Personen betrachtet und dass das nicht der Gegenstand von Literatur sein darf. Also das ist das, was ich ihre Diskretion nenne. Aber natürlich zwischen den Zeilen. Es rinnt ja wie Blut zwischen den Zeilen bei ihr hervor. Man kann ja nicht sagen, dass das keine erotische Literatur ist. Dann fangen plötzlich zwei Leute miteinander zu spielen an, wie sie sich ausdrückt. Das ist also eine fast schon zwanghafte Verschlüsselung, die ja die Wahrheit hinter dieser Verschlüsselung nur umso greifbarer macht für mich. Weil klar, wenn alles, was besonders verborgen ist, wird natürlich umso unbarmherziger ans Tageslicht gezerrt, auch von der Rezeption. Wahrscheinlich wäre die Bachmann von dem, was ich schreibe, extrem angeekelt gewesen, weil sie sich ja immer dagegen ausgesprochen hat. Ich stelle es in seiner Geheimnislosigkeit dar, aber auch gleichzeitig in dieser fast schon maschinistischen Weise als eine Wiederholung des Immergleichen, ist es im Grunde eine genauso große Absurdität, als wenn man darüber schweigen würde. Ich würde sagen, die Ergebnisse sind dieselben. Bei mir in der äußersten, geheimnislosesten Konkretion und bei ihr in der geheimnisvollsten Auslassung. Nur das Ergebnis ist dasselbe, es ist unmöglich. Wobei das, was man verschweigt, immer noch eine irreale Möglichkeit bleibt. Während das, was man alles ausspricht, wo nichts mehr verborgen ist, auch keine Möglichkeit mehr bleibt. Also insofern würde ich vielleicht sogar meinen, dass meine Literatur noch pessimistischer ist als die von der Bachmann. Nur sind inzwischen ja auch wieder 20 Jahre vergangen. Und trotz Feminismus und Frauenbewegung kann man schon die pessimistische Prognose deutlicher sehen, die Bachmann vielleicht noch daran geglaubt hat, dass etwas möglich ist. Man kann eben auch diesen Mal in der Schluss, der für mich einer der negativsten überhaupt ist, kann man auch letztlich eben positiv interpretieren. Dass es diesen Raum eben doch gibt, in dem die Frau verschwinden kann und der dann ihr Raum ist. Ich glaube nicht, dass es ihn gibt. Also ich bin ja eher eine Autorin der Negativität. Während bei der Bachmann die Negativität stärker eine inhaltlich thematisierte, also eine behauptete ist, ist bei mir die Negativität wahrscheinlich schon in der Sprache und in der literarischen Methode. Aber die Bachmann hat ja experimentellere Schreibmethoden für sich zurückgewiesen. Das heißt, sie hat Experimente gemacht, aber sie behauptet, sie weggeworfen zu haben, weil das eben nichts für das Experiment ist wahrscheinlich wie die Sexualität etwas, das die Privatsache des Schreibenden ist und dem Publikum nicht zuzumuten ist. Da ist dann eben die Schwierigkeit, weil es schlägt also der weiblichen Produktion schon eine latente Verachtung entgegen. Also ich glaube, dass das Werk der Frauen verachtet wird. Andererseits ist gerade die Bachmann ein Beispiel dafür, dass sie schon eigentlich sehr früh in der Gruppe 47, also geradezu hymnisch und begeistert begrüßt worden ist, als sozusagen die neue Stimme in der deutschsprachigen Literatur nach 45. Nur meine ich, dass diese Art von Lobesmaschine, die da über sie hinweggerollt ist, letztlich auch in einer ständigen Verneinung dessen bestanden hat, dass sie eben wirklich dauernd herausgeschrien ist und dass sie eben geschrien hat und dass sie eben dieses Nicht-Existieren der Frau und diese Ortlosigkeit der Frau. Man hat also sehr gutiert ihre Gedichte, wo sie sich in ein sehr verschlüsseltes, lyrisches Ich hinein geflüchtet hat, aber man hat sofort zugeschlagen, wie sie ihre Prosa geschrieben hat. Und das kommt ja nicht von ungefähr, weil sie in der Prosa ja plötzlich die Dinge beim Namen genannt hat. Und das hat man dann nicht mehr gutiert. Die beschreibt das ja ganz genau, die reale männliche Gewalt, die eben diejenige ist, die zum Faschismus fühlt. Also wenn sie sagt, wo denn diese brüllende Gewalt der Nazis hingegangen ist, die kann ja nicht plötzlich 45 verschwunden sein und dann die Antwort gibt, die ist in die Familien gegangen und sie kommt aus der Familie, aus der kleinen Familie und sie geht wieder in die kleinen Familie zurück, dann hat sie sich natürlich auch mit dieser sehr konkreten Gewalt beschäftigt. Aber ich habe immer eben empfunden, dass die weit brutalere Gewalt diese Normen des Patriarchats sind, in die die Frauen eingepasst werden, was natürlich dazu führt, dass es keine Beurteilung für das weibliche Werk gibt. Es gibt also keine Kriterien. Ich war ziemlich am Anfang und habe sie einmal gesehen in meinem Leben bei einem Empfang beim damaligen Bundeskanzler Klaus, habe ich sie einmal gesehen, da war so eine sehr auffallende, singuläre Erscheinung als Page gekleidet. Also eigentlich so ein Page ist ja ein Dienender, hat sie aber gleichzeitig auch eine sehr anmaßende Ausstrahlung gehabt, in so schwarzen Sandkniehosen und weißen Kniestrümpfen und einer weißen Bluse, so mit spitzen Chapeau eigentlich, wie ein Cherubin aus einer Mozart-Oper. Ich habe kein Wort mit ihr geredet, weil ich hätte mich auch gar nicht getraut, sie anzusprechen und sie ist auch da ganz alleine gestanden. Ich selbst übrigens bin nicht unbedingt eine Anhängerin ihrer Lyrik. Ich stelle also schon die Celan-Sche Lyrik über die Bachmannsche Lyrik. Ich bin aber eine große Anhängerin ihrer Posa, die ja sehr viel ungünstiger beurteilt wurde, zumindest zu ihren Lebzeiten, bevor die feministische Rezeption sich dann drauf gestürzt hat. Weil die Lyrik ist für mich, also in ihrer natürlich Vollkommenheit, die sie hat, hat sie nicht diese, hat sie eine Sicherheit der Behauptung, die, jetzt muss man vorsichtig sein, weil ich will nicht sagen, dass es eine Überschreitung ist, diese Sicherheit der Behauptung. Aber es ist vielleicht ein Selbstbetrug. Ich denke, sie war sich, gerade durch die Sicherheit ihrer lyrischen Mitteln, hat sie sich auch freiwillig dieses schwankenden Bodens begeben. Und sie hat das auch gewusst. Sie hat gesagt, sie kann vollendete Gedichte schreiben und bevor das jetzt eine Routine wird, hört sie damit auf. Also sie selbst hat ein Bewusstsein dafür gehabt. Während ich sagen würde, dass ihre Prosa gerade in diesem Thematisieren des Ungesicherten und des Prekären für mich etwas Ergreifenderes eigentlich hat als die Lyrik. Ja, österreichischer als die Bachmann kann man nicht sein. Das hat sie ja selbst oft genug gesagt. Er hat ja geradezu einen schon fast komisch zu nennenden Horror vor bundesdeutscher Sprache und hat es ja oft auch sehr komisch parodiert. Die Fahrten nach Venedig der Neureichen und bestimmte Wörter, die einfach den Tatbestand einer Körperverletzung erfüllen, wie raus oder also diese neudeutschen Abkürzungen von heraus und hinein. Sie hat das immer genannt, das Österreichische in der Literatur, diese sublime Serenität, also so eine schwebende Heiterkeit, im Grunde auch etwas Weibliches, etwas, das sich der Konkretion entzieht, etwas, das die Dinge eben nicht brutal ausspricht, sondern es bei Andeutungen bewenden lässt. Wir Voyeure sind wir sicher alle, die wir schreiben. Also wir sind mehr als das, wir sind eigentlich Kannibalen. Wir fressen das, was wir sehen, auf. Aber letztlich sind wir selbst diejenigen, die aufgefressen werden, vor allem die Frauen unter uns. Und letztlich ist sie ja auch die Bachmann, die sich ja dem Leben zum Beispiel mehr als ich ausgesetzt hat. Weil meine Existenzrealisierung ist die der Zuschauerin. Die Bachmann ist eine Zuschauerin, die auch mitspielen wollte. Und die anderen Kinder haben sie ja auch nur, weil eben die Möglichkeiten beschränkt sind, und bis zu einem bestimmten Punkt mitspielen lassen. Und dann ist sie sozusagen die Kannibalin, die selbst aufgefressen worden ist von der Wirklichkeit. Und sie ist ja auch untergegangen.